ich muss mal den ding suchen den tressor wo ist der tressor das gibt es so ich glaube vielleicht in dem haus also es gibt einige häuser das ist ein bisschen nervig also es gibt hier diese häuser und in diesen häusern kann der tressor sein es muss eins von diesen häusern sein warum kann man da nicht hochlaufen ganz ehrlich treppe hoch die sind alle eigentlich gleich aufgebaut die häuser da war der vogel aber den vogel brauchen wir nicht mehr jetzt müssen wir jetzt hier alle häuser abgrasen echt hier das haus ist es aber wichtig es kann jedes haus sein es können wirklich also es gibt die möglichkeit so das ist gut jetzt gehen wir sind wir eigentlich schon ganz gut ausgerüstet wir haben jetzt also den tressor gefunden der tressor wie gesagt der kann in allen häusern sein die müssen so einen querschnitt haben das 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 es gibt verschiedene müsste ein bisschen rum suchen in long hoch ich hoffe ich überlebst bis rüber wir wollen zu dem gebäude so wie geht es dann weiter market go to shop ihr könnt dieses zeug da verkaufen ach witziger köpfe ne das ist alles ok und dann habt ihr der goldbarren ist unfassbar wertvoll gold was kann man hier noch cooles kaufen schalli finde ich cool scope finde ich cool was haben wir jetzt sonst noch c4 also ich nehme schalli ich nehme noch ein schalli und ich nehme ein 6 scope die mal okay alles klar kann ich da nicht dran schrauben wir brauchen die mal ansonsten haben wir jetzt noch irgendwas cooles da 50 50 tacken haben wir noch näher ok passt wir haben schalli für die dings für die barrel jetzt holen wir uns noch eine derpenhoff irgendwo oder ein slr und den schalli da dran gut mit kit granäli schalli und dann können wir uns eigentlich auch die sache machen oder ist es auch nicht top so und jetzt sind wir eigentlich gut ausgerüstet also die moral von der geschicht mit einem mit einem chip wir brauchen auch goldbarren habt ihr echt einen riesen vorteil ne im game weil dann könnt ihr euch einfach mal gepflegt zwei schallis rauslassen ja mannett oder ein gepanzertes auto wobei das den gepanzerten uaz ja finde ich jetzt nicht so toll mit dem freund schon mal ein bisschen getestet ja mal schauen wie weit wir sind ich mach mal das auto rein danke fürs zuschauen gern mal auf den like und abo button klicken ich spiele die mission jetzt noch zu ende aber das wichtige habe ich euch schon gezeigt nämlich den ähm Tresor da muss man rüber bridge game guys it's gonna be a bridge game bridgey bridgey da läuft einer da läuft einer Gott wie dumm Gott wie dumm Gott wie dumm okay das wollte ich euch nur zeigen danke fürs zuschauen und bis zum nächsten mal machts gut ciao ciao bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal